In diesem Video muss ich eine Runde Fortnite gewinnen, aber dabei gibt es eine Schwierigkeit und zwar muss ich einen Bot kaufen und der Bot muss bis zum Ende überleben und wenn er sterben sollte, muss ich automatisch direkt aus dem Spiel rauslieven und habe somit die Challenge verloren. Ob ich das Ganze heute schaffen werde, werdet ihr sehen, deswegen lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da und ganz wichtig, aktiviert die Glocke. Und an die Ehre meiner, wenn ihr mich kostenlos supporten möchtet, geht in den Itemshop und gebt dort meinen Creator Code Sohn ein. Danke geht raus an denen, das macht es in vier Buchstaben und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein ins Video, let's go. So, okay Freunde, ich habe auf jeden Fall schon mal einen Ort markiert und zwar werde ich hier runter landen am Strand, weil dort gibt es den Bot, der einen mit einem Splashy abwirft, alle zwei Minuten und einen healt und hat auch eine ganz gute Waffe dabei, mit der er Schaden machen kann. Deswegen denke ich mal, wird das der beste Bot sein, weil mit den Splashys wird er sich wahrscheinlich auch ein bisschen selber hochheilen können und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze hier ablaufen wird. Ich habe echt keine Ahnung, ob das irgendwie in Publix entweder zu einfach oder zu schwer werden sollte, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und wenn es zu einfach werden sollte, Freunde, gehen wir das Ganze auch mal in Ranked an. In Ranked bin ich mittlerweile schon fast Unreal, dort wird es ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl dann. Aber erstmal jetzt Publix schaffen und dann sind wir weiter. So, wir haben direkt einen Pumpgun gefunden, Waffe, let's go. Und dort ist auch schon der Bot, dich werde ich einmal kaufen, mein Süßer, okay. So, 250 Gold kostet du und schon bist du mein Teamkamerad und mit dir werde ich heute einen Win holen, okay. Ja, Mann, Alter, danke für die Hielung, Bro. Und genau deswegen habe ich mich für diesen Bot entschieden hier, weil der Bot einfach nur OP ist, Mann. Jetzt noch eine richtige Pumpgun finden und dann habe ich schon hier sehr, sehr guten Loot gefunden. Ja, und hier liegt direkt schon auch eine. Neben Haus richtig fette Munitionskisten. So, hier den Tresor können wir auch mal abbauen, dann haben wir noch ein bisschen mehr Gold für die nächsten Runden, falls wir es nicht schaffen sollten. Also der Spot hier ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. 130, von allem, was ist das für ein Bild, Junge? Oh, hier kommt ein Gegner. Nein! Lass mein Bot in Ruhe, Bro. Nice, damit direkt den ersten Kill. Er hat auf jeden Fall mein Bot nicht angegriffen, zum Glück. Ich hatte schon Angst, Alter, dass er direkt zum Bot gehen wird und den holt, weil er sich erschreckt und vielleicht denkt, das ist ein anderer Solo-Spieler. So, ich würde sagen, wir rotieren mal ein bisschen weiter in die Zone rein, auch wenn ich hier gutes Glück habe mit der Zone. 45 Spieler sind noch am Leben. Pumpgun-Technisch würde ich gerne nochmal eine bessere finden, deswegen gehe ich noch ein bisschen hier looten. Und Mobility-Item wäre auch nicht schlecht, natürlich. Das ist, by the way, auch meine erste Runde, Freunde. Bin ich mal gespannt, Digga, ob ich jetzt hier gut fighten werde oder nicht. Ich habe hier gerade eben noch noch Schüsse gehört, Bro. Jetzt auf einmal ist er eine tote Hose. Ah, nee, hier. Okay, war auch ein Bot. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich mal einfach zu dem Medaillor-Typen, der da vorne irgendwo rumrennt. Oder nee, das ist das Kopfgeld sogar, glaube ich. Ja, und da sind Schüsse sogar. Direkt um den Files gehen. Wenn mein Bot einen Kill macht, das wäre richtig krass. Wir können am Ende vielleicht versuchen, dass mein Bot den letzten tötet. Rechte Seite und linke Seite sind Files, aber ich würde sagen, wir gehen auf die linke Seite. Das ist ein Bot oder was? Sind es wieder zwei Bots oder wie? Okay, waren wieder zwei Bots. Da würde ich sagen, gehe ich direkt weiter zu den anderen Files. Eventuell sind da vorne keine Bots, weil die haben auch gebaut. Ich habe immer noch keine Movement-Items, aber es ist nicht schlimm. Ich gehe einfach mit meinen Füßen. Ja, das müssten echte Gegner sein. Da wurde schon ordentlich gefightet, Digga. Okay, hier sind Steps. Ja, hier. Oh, das ist schlecht. Der ist nicht schlecht. Mein Bot ist tot, glaube ich. Oder? Oh mein Gott. Bot, bitte lebt noch, Bro. Bitte lebt mein Bot noch, Digga. Ich habe so gute Waffen. Ich weiß es nicht, ich kann nicht nachgucken, ich kann nicht nachgucken. Nein, ich glaube, mein Bot wurde getötet, Digga. Mann. Egal, ich würde sagen, ich hole einfach von meinem Bot noch ganz kurz einen Sieg. Ich stelle es euch ganz schnell zusammen und dann machen wir die nächste Runde. GG's. Hat man ein bisschen gesehen im Bus, Digga. GG's, Jungs. Ich habe auf jeden Fall für meinen Bot noch eine Runde gewonnen, aber wir müssen mit dem Bot eine Runde gewinnen. Wie ist mein Bot gestorben, Freunde? Er hat sogar selber mitgekämpft. Was war seine Mission, Freunde? Ah. Nein, Junge. Not Mr. Savage hat mein Bot hier getötet, Digga. Ich habe da gedacht, das wäre ein anderer Gegner. Egal, aus Rache habe ich das ganze Ding gewonnen, dann. So, Freunde, neue Runde, neues Glück. Und wir landen wieder am selben Spot, holen uns den selben Bot. Und dann versuchen wir, diese Runde zu gewinnen. Hier geht auf jeden Fall eine Banane mit. Die landet hier unten wahrscheinlich an diesem Haus. Und da gehen auch noch zwei, drei Spieler in das Snooty. Dort werde ich wahrscheinlich dann auch gleich hingehen noch. Aber als erstes müssen wir natürlich erstmal den Bot kaufen. So, nehmen wir uns die AK erstmal mit. Und dann wird sich erstmal hier der Kollege wieder geholt, Alter. Was geht ab, Mann? Erstmal hier. Nice, ich küssere dein Herz, Bro. So, okay, Freunde, ich würde sagen, ich loote es erstmal. Und dann gleich, wenn ich wieder auf dem Weg nach Snooty gehe, sehen wir uns wieder. Gehe ich noch ganz kurz hier hin, weil hier ist auch ein Gegner gelandet, sehe ich gerade. Hier wurde nämlich das Haus abgebaut. Ja, und ich höre Steps direkt. 127, dead, Junge. Oh, da war gerade ein bisschen Unlucky, dass ich den so heftig hier predicted habe, wo der hochkommt, Alter. Oh, und der Bot hielt mich auch direkt hoch. Ehrenmann. Nice. Dann müssen wir jetzt weitergehen. Aufentspannt. Na, Snooty. Und da oben ist auch der nächste Gegner. Das sind gute Spieler, Jungs. Der ist 1 AP. Da müssen wir natürlich rein direkt. Let's go, Junge. Schön abgestorbt, Bro. Nein, mein Bot, Bro. Bitte überlebt, Digga. Mein Bot muss einfach überleben. So, Freunde. Ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei. Diese Runde muss es was werden. So, let's go. Pumpgun-Lead hier auch schon rum. Wichtig. Wir gehen jetzt erst mal, wie immer, runter zum Bot und holen uns den mal. So, jetzt hielt er uns wieder. Let's go, Digga. So, Freunde. Geh jetzt mal in das Auto wieder rein und werd mal nach Piazza fahren und gucken, ob da vielleicht wieder ein Gegner gammelt. Aber, so wie es aussieht, ist ja keiner unterwegs. Alle Drohnen sind irgendwie noch am Start, Alter. Ja. Und hinter mir kommt einer. Der hat auch einen Bot mit dabei. Der hat auch einen Bot mit dabei, Jungs. Was macht der? Komm, wir fahren ihm einfach mal hinterher. Ich fahre ihm einfach mal hinterher, Digga. Der hat auch einen Bot dabei. Mein Bot gegen sein Bot. Komm. Oh. Der ist nicht spät, Jungs. Der ist nicht spät, Jungs. Dein Bot macht Auge von der. Lass mein Bot in Ruhe, Bro. Nein, mein Bot ist wieder dead. Okay, Freunde, ich bin ehrlich, normales Battle Royale wird wahrscheinlich doch nicht so einfach sein, wie ich mir das Ganze gedacht hab. Der Bot wird dann schon ein bisschen öfters gefokust und getötet, als ich mir jetzt irgendwie erhofft hab. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt in den vierten und auch in den letzten Versuch. Ansonsten machen wir das einfach das nächste Mal nochmal, wenn das Video mögt. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst auf jeden Fall ein Abo da und dann machen wir das auf jeden Fall öfter. Aber ich gebe jetzt mein Bestes nochmal, um den Bot so gut wie es geht zu beschützen. Aber als allererstes muss natürlich wieder hier unser Freund, der Bot, ran. Normale Pumpgun noch mitnehmen. Und das wird erstmal gelootet wieder und dann gehen wir direkt pushen, Jungs. Okay, ich würde sagen, komm drauf. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt den Bot pushen, okay? Wir gehen jetzt hier den Gegner pushen, Bro. Und bitte sterb nicht, okay? Bitte sterb nicht, Bro. So, Junge, wo ist er? Hier ist er. Komm her, Junge. Schnell auf Motorrad hinterherfahren, Bro. Oder Auto, komm. Weg ein, Junge. Der darf uns nicht schon kommen, Alter. Komm her. Oh mein Gott, Junge. Weggelasert aus der Luft, Bro. Gut gemacht, Mann. Gut gemacht. Okay, ich würde sagen, als Challenge gehen wir wieder ein Snooty, okay? Eventuell können wir uns da die beste Pump holen. Oh, Schüsse? Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu den Schüssen. Mach auf. Oder so, Bro. Das war schlecht gespielt von dem. Das war sehr schlecht gespielt von dem. Was macht mein Bot da? Bot. Er kämpft alleine gegen die anderen oder was, Digga? Bitte nicht, Bro. Komm schon her. Genau, Junge. So ist fein, Mann. So ist fein. Schön herkommen. Schön mit mir zusammenfighten. Ich muss auf dich aufpassen. Weil die holen jetzt nämlich gerade schon Peter Griffin. Und da kommt direkt der Nächste auch hoch. Oh mein Gott. Er schreibt mich noch mehr, Junge. Lass mir Bot in Ruhe, Bro. Lass mir Bot in Ruhe. Oh mein Gott. Geh nicht verkaufen. Mein Bot lebt noch, oder? Ja. Wo ist der Gegner? Ich glaube, das ist unten im Tresor, oder? Ja. Der darf mein Bot nicht holen. Ich muss da umgehen. Ich muss da umgehen. Ansonsten schiebt mein Bot. Ja. Schön, 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 schön. Heal dich, Bro. Schönes Ding. Ich würde den jetzt gerne fighten, Jungs. Aber mir ist mein Bot wichtiger. Ich würde den jetzt gerne fighten, aber mein Bot ist mir wichtiger. Wir haben immer noch dann gleich die Chance. Aber er hat sich wieder gut hochgehealt, glaube ich, gerade. Mit seinen eigenen Softpacks. Das macht er sehr, sehr stark, Mann. Erstmal in Sicherheit mit meinem Bot gehen. Dann können wir weiterreden. Mein Bot wird von anderen Bots angeschossen. Nein, 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 nein. Omi. Nice. Bro, hier sind so viele. Hier sind so viele, Digga. Mein Bot lebt noch. Komm her. Bot. Chill, hier, bitte. Nein. Ja. Heal dich, Bot. Heal dich, heal dich, heal dich, heal dich, heal dich, heal dich, heal dich. Bro, bitte. Das muss die Runde werden. No way. Heal dich, Bot, bitte. Es sind noch ein Satz, Digga. Bitte, Mann. Komm, es sind nicht mal viele Gegner, Mann. Es sind nicht mal viele Gegner, Bro. Bitte. Überlebt das. Bitte, 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 bitte. Wenn es sein, muss heal dich die ganze Zeit, Bro. Bitte, 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 bitte. Ja, er ist in der Zone. Ich gehe mal zu ihm. Vielleicht heal das sich wieder dann. Heal uns. Let's go, Junge. Ey, du bist der Beste. Es leben nicht mal viele Gegner. Wir haben die so outplayed, Mann. So, ich brauche mich kurz sogar für den Fisch hier extra ein, dass ich keinen Headshot riskiere. Und jetzt geht es weiter in Zone, Jungs. Mein Bot lebt immer noch Freunde. Die ganze Runde schon über. Drei Leute noch, Jungs. Ich will einfach nur den epischen Sieg schaffen, Bro. Wir haben sechs Kills. Einer der hat, Jungs. Dieser Twitch-Zug-Xotter. Oder wieder heißt, der ist nicht schlecht, glaube ich. Eins gegen Eins-Situation jetzt. Und ich würde sagen, ich mache jetzt die Bush-Camper-Taktik. Ich mache jetzt die Bush-Camper-Taktik und gucke einfach erstmal, wo der ist, Jungs. Bevor ich mit meinem Bot hier rumlaufe und der dann irgendwie einen Headshot bekommt oder so. Okay, Zone ist da hinten. Also es heißt, da muss in meine Richtung kommen, wenn es geht. Ja, und da kommt ein Drift, Jungs. Der kommt wahrscheinlich zu mir in die Zone geflogen. Da ist er. Der sieht nicht schlecht aus, Digga. Ich warte einfach mal, bis der landet. Paar Hits. Ja, der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht, Jungs. Nein. Oh mein Gott. Let's go. Wir haben zusammen eine Runde gewonnen, Bro. Wir haben zusammen eine Runde gewonnen. Let's go, Freunde. Lasst dafür ein Like und ein Abo da, Digga. Wie heftig haben wir den Gegner gerade upplayed, Mann. Ey, ich würde sagen, das war es mit dem Video. Falls euch das gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like da. Lass ein Abo da. Und ganz wichtig, aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut da rein. Ciao, ciao.